Die erste edle Wahrheit ist die Wahrheit eines grundlegenden Unwohlseins in Körper und Geist. Die Wahrheit, dass es Leiden in der Welt gibt. Das entsprechende Wort in Sanskrit ist Dukkha. Wie hat der Buddha diese Wahrheit entdeckt? Wo immer er sich auch umschaute, sah der Buddha Armut, Krankheit, Altern und Tod. Wir alle sehen im Laufe unseres Lebens diese Dinge. Leid ist eine Tatsache. Akzeptieren wir diese Tatsache nicht, können wir uns nicht weiterentwickeln, werden wir keine Fortschritte auf dem Weg machen können. Es gibt in uns und um uns herum Leid. Der Buddha hat diese Tatsache gesehen und sich nicht in metaphysische Fragen geflüchtet wie Wer hat die Welt erschaffen oder was ist der Sinn des Lebens? Er begann mit der Wahrheit, die er in seiner Umgebung vorfand. Das ist die erste ethische Leitlinie. Wir müssen tief betrachten, was um uns herum geschieht, bevor wir dessen Ursachen verstehen und hoffen können, es zu transformieren. Statt unseren Geist auf Wanderschaft zu schicken, können wir wahrnehmen, was wir im gegenwärtigen Moment erkennen. Und wir können das Erkannte bei seinem wahren Namen nennen. Das ist konkretes Tun, keine theoretische Philosophie. Wir schauen tief und sehen, dass Leid da ist. Sind wir dessen wirklich gewahr und nennen es bei seinem wahren Namen, ist das sehr hilfreich. Dann wissen wir genau, welche Art Medizin, welche Art Heilung wir brauchen, um mit unserem Leid umzugehen und Sukha, Wohlbefinden, hervorzubringen. Die Wahrheit über Dukka zu enthüllen, führt zu der Wahrheit über das Beenden von Dukka. Nicht alles ist Leiden Es gibt Menschen, die behaupten, alles sei leidvoll. Das ist nicht wahr. Es ist eine Übertreibung dessen, was der Buddha gesagt hat. Der Buddha sprach davon, dass Leid existiere. Aber er vertrat nicht, dass es das Einzige sei, was es gebe. Es gibt Ursachen, die Leid hervorbringen. Doch es ist möglich, einen Zustand zu erlangen, in dem diese Ursachen nicht mehr vorhanden sind. Wir können nicht sämtliches Leiden beseitigen. Es ist ein Irrtum zu glauben, wir könnten nur glücklich sein, wenn wir sämtliches Leiden beseitigen. Es gibt viele Dinge, über die wir unglücklich sind. Aber es gibt auch vieles, das uns Freude macht. Am Morgen erwachen, ruhig und friedvoll mit einer Freundin zusammensitzen. Das ist Glück. Das bedeutet aber nicht, dass wir damit vollkommen ohne Leiden wären. Jeder von uns trägt ein gewisses Maß an Leid in sich, aber wir können damit auf eine geschickte Weise umgehen. Sagen wir, das Leben bestehe nur aus Leiden, ist das nicht richtig. Doch behaupten wir, dass das Leben nur aus Glück bestehe, wäre auch das nicht korrekt. Es gibt beides, und beides spielt seine jeweilige Rolle. Wüssten wir nicht, was Hunger ist, könnten wir gar nicht genießen, etwas zu essen zu haben. Wir essen gut und sind glücklich dabei, wenn wir wirklich hungrig sind. Doch wir können nicht darauf warten, erst dann glücklich zu sein, wenn wir uns sämtlichen Leidens entledigt haben. Dieser Moment wird niemals kommen. Der unbefriedigende Charakter der gewöhnlichen Welt Unsere Situation, so haben wir gesehen, ist alles andere als befriedigend. Und uns innerlich zu wandeln, ist nicht nur wünschenswert, sondern auch möglich. Sicherlich können wir, um die unbefriedigenden Aspekte unseres Daseins zu vergessen, in vielerlei Ablenkungen und Zerstreuungen flüchten. Oder wir können versuchen, diese Unzufriedenheit zu kaschieren, sie hinter einer attraktiv und interessant anmutenden Fassade zu verstecken, beispielsweise hinter nicht enden wollenden Aktivitäten, einer Flut von Sinneserfahrungen oder dem Streben nach Reichtum, Macht und Ruhm. Die Wirklichkeit und mit ihr das Leid wird dahinter jedoch immer wieder zum Vorschein kommen. Darum sollten wir besser der Wirklichkeit ohne Umschweife ins Auge schauen und den Entschluss fassen, die wahren Ursachen des Leids von Grund auf zu beseitigen, während wir zugleich die Ursachen wahren Glücks kultivieren. Glück und Leid Dass wir alle ein glückliches Leben anstreben, ist meiner Ansicht nach eine Behauptung, die keiner Rechtfertigung bedarf. Niemand sehnt sich Probleme und Sorgen herbei. Das bestätigt schon unsere körperliche Funktionsweise. Die medizinische Forschung liefert immer mehr Beweise dafür, dass ein Mensch, der glücklich und friedvoll lebt und frei von Angst und Sorgen ist, daraus einen ganz konkreten Nutzen für seine Gesundheit zieht. Ebenso einleuchtend ist, dass es selbst einem kranken Menschen erheblich besser geht, wenn er eine positive Perspektive hat. Ich halte es also für eine einfache Tatsache, dass unser Körper für ein glückliches Leben geschaffen wurde. Ein glücklicher Geist ist ein gesunder Geist. Und ein gesunder Geist ist gut für den Körper. Doch anders als bei anderen Tieren sind Glück und Leid beim Menschen keine unkomplizierte Sache. Ein Hund ist vielleicht glücklich, wenn er sich richtig satt essen und danach auf der Terrasse ein Schläfchen halten kann. Wir mögen an solchen schlichten Freuden durchaus Gefallen finden, aber es ist klar, dass sie nicht ausreichen, um das Glücksbedürfnis eines Menschen wirklich zu befriedigen. Das immerwährende Streben des Menschen, Glück zu erleben und Leid zu vermeiden, erklärt nicht nur die größten Errungenschaften der Menschheit, sondern auch die Tatsache, dass wir im Zuge einer viele tausend Jahre währenden Evolution ein so großes Gehirn entwickelt haben. Selbst die Religion hat, wie ich glaube, ihren Ursprung in diesem Streben. Denn im Laufe des Lebens werden wir zwangsläufig mit Problemen konfrontiert, die sich unserem Einfluss entziehen. Um die Hoffnung und den Mut nicht zu verlieren, haben wir den Glauben entwickelt und um den Glauben zu stärken, haben wir uns dem Gebet zugewandt und das Beten ist das zentrale Element der Religion. Ebenso bin ich der Meinung, dass auch die gewaltigen Leistungen, die die Menschen in den vergangenen Jahrhunderten auf wissenschaftlichem und technischem Gebiet vollbracht haben, dem Wunsch entsprungen sind, Leid zu überwinden und Glück zu erlangen. Doch obwohl die außergewöhnliche geistige Differenziertheit uns Menschen von allen anderen Lebewesen unterscheidet und hinter unserem erstaunlichen Erfolg als Spezies steht, ist genau diese geistige Komplexität andererseits die Ursache für einige unserer hartnäckigsten Schwierigkeiten und Nöte. Die meisten Probleme, vor denen wir heute stehen, zum Beispiel Kriege, Armut, Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung, wurden durch ein komplexes menschliches Handeln verursacht und aufrechterhalten. Auch die beständigste Quelle unseres Leids, beispielsweise unserer Ängste, Sorgen und inneren Spannungen, ist eng mit der Komplexität unseres Geistes und mit unserem regen Vorstellungsvermögen verknüpft. Wir alle sind Alter und Tod unterworfen. Wir erleiden Verluste, die uns niemand abnehmen kann. Gegen Einsamkeit, Betrug oder Ungewissheit gibt es keine äußeren Heilmittel. Der Buddha erinnerte seine Schüler stets an dieses grundlegende Leiden. Wir glauben an unsere Unwandelbarkeit, doch wir sind unbeständig. Wir glauben an unsere Sicherheit, doch wir sind nicht sicher. Wir glauben, dass wir ewig leben, doch dies ist nicht der Fall. Wir können versuchen, uns abzulenken, doch unser Leiden wird uns verfolgen. Nur wenn wir uns dem Schmerz und dem Leiden voller Würde stellen, können wir wachsen. Dem Zeugesein ist etwas Heiliges eigen, das nichts mit Unterdrückung oder Verdrängung zu tun hat. Dieses Zeugenbewusstsein ist ein ganz wesentlicher Teil der Meditation, in dem wir aufmerksames, mitfühlendes Gewahrsein üben. Manchmal ist das alles, was wir tun müssen. Doch es kann auch geschehen, dass nach dem Bezeugen Handeln nötig wird. Wie auch immer, unser Leid muss ins Bewusstsein geholt werden.